Hallo liebe Zuschauer, bevor es losgeht noch ein, zwei Anmerkungen. Ihr könnt natürlich und ihr sollt im besten Fall auch mitraten. Das heißt, schnappt euch einen Zettel und fertigt eine Tabelle an mit den Kategorien Stadt, Land, Minecraft-Gegenstand, Videospiel, Videospielcharakter und einem VIP-Promi bzw. einem YouTube-Star. Eure Punkte könnt ihr dann natürlich auch gerne gegen Ende der Folge schon einmal in die Kommentare schreiben. Und am Ende schauen wir dann mal, wer am meisten Punkte gesammelt hat. Und jetzt viel Spaß beim Mitmachen und der ersten Folge Stadt, Land, Minecraft. Moin Leute, herzlich willkommen zur ersten Folge von Stadt, Land, Minecraft. Zusammen mit Sturmuffin, aka Sturmuffin, Herr Bergmann und Sergeant Max. Hallihallo. Moin. Hi. Hallo. Und das Ganze ist im Grunde genommen nichts anderes als Stadt, Land, Fluss, bloß mit ein paar, ja, abgeänderten Kategorien. Zum Beispiel Stadt, Land kennt man ja und wir haben uns dann gegen den Fluss entschieden. Ich denke mal, jeder, der das schon mal selber gespielt hat, der weiß, dass Flüsse einfach nicht so, nicht so geil sind. Das hast du wirklich schön gesagt. Ja, ja, also ganz ehrlich, hattet ihr immer einen Fluss? Das war doch immer die korrupteste Kategorie, oder? Ich hatte immer einen Rhein und dann hat es auch aufgehört mit der Alteneinbildung. Ich glaube, Max war ganz gut da drin, oder? Ich erinnere mich noch an unsere Autofahrt nach Köln zur Gamescom. Da haben Max noch nicht immer auf seinem iPad so ein Spiel gespielt und bei den Flüssen war es so relativ gut. Oder hatten wir doch immer Elbe, klar, dann war Isar, war das Isar? Ich glaube schon, ne, Isar ist Übel, der wäre nicht so aufgegriffen. Isar war das, war schon nicht schlecht, also das konnten wir ganz gut. Also ich war definitiv immer schlecht in den Flüssen, dementsprechend haben wir uns einfach überlegt, wir nehmen dann als dritte Kategorie Minecraft Gegenstand, Videospiel, Videospielcharakter und als letztes haben wir so YouTube-Slash-VIP, also falls uns kein YouTuber einfällt, dann nehmen wir einfach einen Promi. Genau, deswegen habe ich das auch mal direkt da hingeschrieben. Das ist schon wieder das pure Chaos hier, so. Wir müssen anfangen, wir müssen anfangen, komm, komm. Ja, warte, 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 so, jetzt ist gut, alles schön. Also Palumen macht A, ich sag Stop. Okay, A. Ah, es geht schon los, okay. Ah, nein, was ist das denn hier? Ja, sorry, ich bin rausgeflogen. Das zählt, das zählt, läuft aber alles noch, oder? Was, 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 ich habe noch gar nicht angefangen. J hatten wir, J hatten wir los, geht los. J? Ja, J. J, okay. Ihr könnt ruhig irgendwas erzählen, nebenbei. Halt die Fresse mit irgendwas erzählen. J, ey, J, wie bekloppt, ey. Warte mal, warte mal. Ja, achso, ich weiß nicht, Palutner hat das gesagt, dass die Zuschauer gerne auch nebenbei mitmachen können. Oh, das habe ich komplett vergessen. Wacht nicht, schnappt euch einen Stift und einen Zettel und legt los. An der Stelle kann man das wieder pausieren. Also insofern, mit J, ey, ja, dann Minecraft ging schon mit J. Kann man auch auslassen, J. Ich, ich habe hier gerade ein ganz, ganz, ganz anderes Problem. So, ich weiß nicht, wie man das hier schreibt, aber ich glaube irgendwie so. Das kann doch nicht sein. Mir fällt keine Stadt mit J ein. Ja, das ist auch hier nicht so. Ach was, okay, alles cool, alles cool. Hä, warte mal ganz kurz. Ich habe hier Videospiel, Videospielcharakter und Promi, ist das richtig? Ja, ja, ist alles richtig. Warte mal, das ist ja eigentlich dann easy hier. Warte mal, so. Au, au. Warte, warte, machen wir so. Ja, ich bin echt ein smartes, ein smartes Brain, kann man sagen. Oh Gott, mit J. So geht das schon. Was haben wir hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit J, ja, jein. Wie war das für das erste durch ist, muss man Stopp sagen, ne? Ich werde dann mit einem Stopp. Ah, okay. Achso, dann, achso, okay. Wie ziehen wir die Punkte? Wer schreibt das auf? Wollte ich nicht. Das kannst du einfach in die Mitte, haust du einfach einen... Ja, ja, okay, ist da. Denk jetzt rein, die Punkte. So, okay. Stadt? Jena. Habe ich auch. Ich habe Jorgenburg. Ich hoffe, was ist das? Jorgenburg. Mir ist jetzt eingefallen. Mir ist jetzt eingefallen. Was hast du geschrieben? Aber Jorgenburg. Jorgenburg. Okay, also wenn ich jetzt jemand hat, was kriegt man dann für einen Punkt hier? Ganz ehrlich, Jorgenburg. Ja, 10. Also wenn du was alleine hast, 20. Wenn du was mit einem Kumpel hast, 10. Ich habe jetzt hier Jerusalem hingeschrieben. Hat das irgendjemand von euch? Ja, ich habe Jerusalem bei Land. Das hat mir gar nichts eingefallen. Jerusalem ist doch kein Land. Ja, natürlich nicht. Aber ich habe dann einfach nur alles durchgewascht. Ja, gut. Ja, dann kann ich jetzt 20 da jetzt hinschreiben. So, 20 Punkte. Was, bei Land? Ja, nee, bei Stadt habe ich das. Ach so. Okay, ja, bei Jena. Geh mal weg hier. Ich glaube, ich habe Jerusalem, Alter. Als Stadt. Ja, ja, ist richtig. Ja, als Stadt. Ja, als 20. Ups. Okay, weiter. Wie sieht das aus? Jetzt habe ich Jordanien. Ich habe auch Jordanien. Ich habe Jemen. Ja, ich hatte ja Jerusalem, aber das Problem haben wir schon geklärt. Okay. Wer hat noch Jordanien? Ich habe auch Jordanien. Warum haben wir immer dasselbe Paluten? Keine Ahnung. Ist das denn korrekt, Jemen? Ja, oder? Ja, passt schon. Glaubt schon. Ich war mir auch bei Jordanien nicht mehr sicher, ob der Staat überhaupt noch einkommen ist. Ey, kann man einer auch für die scheiß Pfeile hier mal rüber zu ballern? Lass mich auf die Zeit stehen, denn jetzt kommen. Weiter, weiter. Minecraft-Gegenstand. Was habt ihr hier? Hab ich nichts. Ich habe Jägerbogen. Komm, Jägerbogen, weg mich mal, weiter. Videospiel? Er zählt nicht. Jackass the Game. Jackass the Game. Jackass the Game. Das gibt's, das gibt's. Das gibt's. Das ist doch von irgendeinem komischen Verleger, der auch die ganzen Simulatoren macht. Ja, aber das ist ein Spiel. Oh, ich habe was vertauscht, aber das ist ja, glaube ich, nicht so schlimm. Ich habe Jack and Dexter. Ich habe Jenga. Also, wie viel haben wir da? 20 Punkte jetzt. Warte, ist das 5 dann? Die Wieso, wenn das niemand hat, ist doch 20 Punkte, habe ich jetzt gerade so verstanden. Achso, okay. 22, okay. Dann habe ich da das erste Mal zählt. Jägerbogen zählt? Nein, der zählt nicht. Bin wir uns einig? Nein. Jägerbogen gibt Minuspunkte, ganz ehrlich. Für Jägerbogen. Du hast schon, deine Stadt gibt's noch nicht mal. Das ist Jordan. Okay, Videospielcharakter, was habt ihr? James Bond. Jack Bauer. Ja. Ich habe Jack oder Dexter. Ich habe mega Stress, was weiß ich, ich mache das mal weg, zack. Vor allem Videospiel, Jack oder Dexter. Bitte? Ja, wieso? Das sind doch die beiden, die heißen ja so. Ja, die heißen aber nicht. Aber Dexter ist ja wieder D. Bitte? Ja. Aber Dexter wäre ja wieder D. Ja, dann halt Jack, man, drauf geschissen. Also auch 20. Da habe ich mega, mega verkackt. Egal, ich habe da nichts. Ja, Promi habe ich nichts. Promi habe ich JFK. Justin Timberlake. Ich hatte aus Versehen auch bei Videospielcharakter, weil ich irgendwie komplett aus der Fassung war, weil ich völlig gestresst war, habe ich beim Videospielcharakter Julien's Blog und bei YouTube-VIP James Franco. Dementsprechend waren das beides YouTuber bzw. VIPs. Falsch, falsch. Ja, das ist falsch, ne? Ne, was? Ne, ne, ne. Hier stand ja James Franco. Dementsprechend sind das 20 Punkte für mich. Zack. Mit Ausrufezeichen. Mit Ausrufezeichen. Nur bei Videospielcharakter war eben Julien's Blog und das war natürlich völlig falsch. Ja, ja, ja. Und dann zählen wir mal die Punkte zusammen, was wir hier so haben. Also ich habe bei Stadt 10 Punkte. 40. Land 10 Punkte. 60. Ich habe 80. Ich habe 60 Punkte. Und auch 60. Ich habe 50. Hä, wieso habe ich denn so wenig? Achso, ne, du, hä, wieso? Doch, hast du richtig. Ah, ne, 40. Ach, und dann 60. Ja, gut, alles klar. Ja, ja, alles gut. Hab ich jetzt gewonnen, oder was? 60 Punkte. Du hast eine Runde. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also. Da ich mache das mal hier oben hin. Die erste Runde sind 60 gewesen. Die 80 habe ich ja. Also hier, gut, okay. Mir egal. Okay. Und jetzt einfach alles wegmachen und dann nochmal. Würde ich spontan sagen, oder? Ja. Und dann müssen wir doch irgendwo dokumentieren, die Gesamtpunktzahl. Pass auf, ich mache mal hier an die Seite so ein Schild für die erste Runde. Runde 1. 80 Punkte. Ja, das läuft ja wie geschmiert, würde ich sagen. 60. Zack. So, hier nicht gucken, mein Lieber. Guck nicht über meine Hecke. Ich mag das nicht, wenn mir irgendwelche Fremden hier über die Hecke gucken. Du, seid ihr soweit? Ja, ja. Oh, eine Sekunde, ich habe gerade was von mir selber zu sagen. Schwöre, Diamauer, Diamauer. Ach, was ist das? Du rutschst immer wieder ab in deinen Cironic-Freundeskreis. Hier, da musst du ein bisschen aufpassen. Ja, das stimmt allerdings. Zack. Ah, Quatsch. Und. Okay. So. Ja, Moment, warte. Warte, 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 warte. Mach ich A? Mach ich A? Ja. Ja, und, äh, okay, und, äh, Bergsi sagt Stopp, hm? So, warte, so. Bauer muss weg. Also, A. Okay, gut, ähm, Schwein, so, zurück, okay. Stopp. Achso. L. L? Ja. Äh. Ähm, oh Gott, Leute. Ja, gut. Geht alles nix. Äh. Äh. Ich mach auch den. Äh. Fuck. Ach, mit L, Leute, leck mich, wollte ich gerade sagen. Ähm, was weiß ich, ey. Jetzt regnet's noch, das irritiert mich. So. Minecraft-Gegenstand. Achso, ja, okay. So. Ähm. Fuck. Zählt Vorname oder Nachname? Stopp. Boah, Alter. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Stopp, 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 stopp. Krass, ich hab gerade mal drei Stück hingekriegt. Ich hab eins. Alter, das ist so krass, ey. Krass, dein Ernst? Okay, als, als, okay, dann. Okay, dann leg los. Erzähl. Ich hatte doch mehr als einen. Okay, statt, was geht? Leverkusen. Ich hab Ludwigshafen. Ich hab auch Ludwigshafen. Was ist mit Luxemburg? Nee, das ist ein Land, Alter. Ja, und die Hauptstadt von Luxemburg, ist die nicht Luxemburg? Ja, dann ist es doch richtig. Ja, gut. Okay, dann kriegen wir beide zehn Punkte, Freddy. Ja, und das sind auch die einzigen Punkte für diese Runde, schade. Ja, Land hab ich dann Luxemburg. Lettland. Hab ich auch. Was hast du? Auch Luxemburg. Ein paar Luden. Ja. Okay, zehn Punkte. Okay, das ist mein Fachmanage. Minecraft-Gegenstand. Ja. Lappes Lazuli. Ich hab ich irgendwie Leaf. Ich hab Lore, sagt er. Ja, Leaf, ein Blatt. Ich weiß, ich wusste ja nicht ganz genau, weil wir das in den Regeln ja nicht festgelegt haben, ob das nun auf Deutsch oder auf Englisch sein muss. Oh, da hat er wieder die Lücke ausgenutzt. Okay, ich hab die Lore. Ja gut, das war's aber dann auch schon. Ja, dann hab ich Lego Creator. Was für ein Ding? Lego Creator. Das war geil. Das war richtig geil. Das war der Hammer. Lego Creator, die ganzen Lego-Spiele, stimmt. Videospiele ist... Ah, ich hab Larry Leisure Suit oder so. Oh, der ist krass. Ja, 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 das kennt er wieder, ne? Sein kleines Pille-Mann-Spiel hier. Videospielcharakter hab ich Link. Ja, ach Gott. Da hab ich einfach Larry. Das ist doch Larry. Der ist doch da. Ja, 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 ja. Bei Prom ja wie Lena Gercule. Der heißt ja Leisure Suit, Larry. Ja, aber der Charakter heißt ja Larry. Da hab ich Loris. Das ist ein französischer Torwart von, ich glaube von Tottenham dort spielt, ja? Und der ist auf jeden Fall 2L. Ja, der ist mit 2L geschrieben. Genau. Ja, gut. Alles Bursche. Schwitzig. Okay. So, warte mal. Runde 2. Oh Gott, war die Läppsche. War die Läppsche. Okay, pass auf. Wie viele Runden machen wir? Wollen wir 4 sagen? Ja, ja, genau. Jeder einmal. So, pass auf. Zack, wups. Zack, zack, zack. Zack, okay. Okay, okay, okay. Ja, ich werde jetzt knüppeln, ey. Wir hatten hier die Fackeln hingemacht. Das ist sehr romantisch. Romantisch geht es auch in der nächsten Folge weiter. Bis dahin interessiert mich natürlich, wie viele Punkte ihr gemacht habt. Schreibt es unten in die Kommentare und freut euch auf die nächste Folge, denn da wird es nochmal richtig spannend. Wenn ihr die Idee neuer Konzepte gut findet, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, damit wir das auch sehen und mitbekommen. Wenn nicht, dann gerne auch einen konstruktiven Kommentar. Bis zur nächsten Folge, euer Bergmann.